Okay, Chat, wie geht's euch? Ich bin mit Traube und meinem Friseur. Jetzt ist geplant, dass wir über das Frühstücken gehen. Ich sag euch aber nicht wo, bevor wieder ein FIB-Einsatz kommt. Auf einmal sagt einer, ich hab irgendwie einen Arsch gefickt oder so. Einfach geplant, dass wir zu 10 hingehen, wir sind zu dritt. So, what's poppin', six droppin'. Denk dich halt miese Flecken. Junge, da ist einfach... Ich glaub, Kato hat mir heute auf meinen Schutter gewichst, Alter. Ey, Chat, wisst ihr, was Schlimmste war? Chat, wenn Kato vor euch einschläft, vorbei. Bruder, ich musste Kopfkissen so machen und einfach schlafen. Du willst es nicht hören, aber du musst es hören. Ich hab neben Kato jetzt schon drei, viermal gepennt. Und ich hab's einmal geschafft vorhin einzupennen, Alter. Wie Scamscom lohnt sich. Ja, so zum IHS-Streamen und so ist schon cool, ja. Aber so privat sehr stressig, ja. Sehr, sehr stressig. Ist viel los, dies, das, bam, bam. Stinkt. Kacke. Kennt ihr Kacke? Boah, Junge. Kacke. Einer macht so. Einer streamt so. Achsa in mein Gesicht. Bam. Uff. Sniff. Alles. Also nicht, komm. Ach, eine Runde lohnt sich halt immer, aber du wirst halt nicht lang bleiben. Ist das Salz? Gänsehaut. Äh, Bruder. Ich hab Salz gemacht, da ist ein Fliege rein. Salz? Äh, Zucker. Mach neuer. Ja, ja, bitte neu. Ja. Ich schwöre auf alles. Ich mach so, kommt Dinosaurier raus. Das spuck jetzt in meinen Kaffee, aber egal. Gänsehaut. Jetzt ist mein Gesicht nicht lang, jetzt fett. Er tut's einfach. Gänsehaut. 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 Gänsehaut in der Tomahawk Steak. Leonardo DiCaprio. Ich guck alle Filme auf Deutsch, mein. Ja, oder? Ich kenn mich nicht, egal. Shutter Island. Äh, als er am Tisch saß in der Psychiatrie, dann kam einer oder hat er es gesagt, weil er da ein Steak gegessen hat? Boah, da kann sein, ich guck alles auf Deutsch. Fass. Mach mal eine Szene, Jungs. Eine Szene können wir jetzt nach. Geht das? 3.000 Sparta. Romeo und Julia. Seuss. Hat die drin. Ich schreibe doch nicht Sins rein. Oder... Mords-Lei-Mod. Boah, Rocky hat ja mit seinen Sohn redet, ist krass. Du weißt ja nicht einfach so machen, ob ich Sport mache und du motivierst mich halt. Boah, das ist stark. Hast du den Spiegel? Ja. Was machst du? Du musst immer besser für dich selber. Du musst ihn in die Fresse hauen. Okay? In die Fresse musst du ihn hauen. Ja? Was hab ich gemacht? Was hab ich gemacht? In die Fresse? Was hab ich gemacht? Ich haue in die Fresse! Ja! Ich haue in die... Nein, richtig. Runter. Zehn Stück! Bist du bereit zum Morgen? Was machst du mit ihm? Ich mach dir doch. Was noch? Die zweite Runde. Erste Runde. Diesel-Schläge. Drei. Falsch. Diesel-Schläge. Einen. Ja! Ja! Oh, ich schalte ihn gerade. Chat, soll ich mich auch anmelden? Ich grüße meinen Bruder auf jeden Fall. Marco, Stefan. Ja, Mann. Sehr schön. Vielen, vielen Dank. Sehr cool, Alter. Voll der Korrekte, ja? Köln! Let's go! We're coming! Coming outside! Coming outside! Yeah! Baustelle in 150 Metern. Reste Runde. Baut. So. Gönse Runde. Gönse Runde. Gönse Runde. Gönse Runde. Gönse Runde. Echt jetzt? Ja. Gönse Runde. Gönse Runde. Gönse Runde. Was haben wir? Gönse Runde. Ich schwöre, ihr habt Auge gemacht. Wir haben einen Platten, glaube ich. Gönse Runde. Ist einmal explodiert. Oha. Oha. Junge. Tokio Drift. Oh, süßes Mache. Weißt du, wie das geht? Bruder. Er denkt, weil ich Araber bin. Ich kann Reifen wechseln. Ich hab nicht mal einen Autoführerschein. Guck mal, Frauen machen sich Nägel schön und so. Männer gehen arbeiten. Wir müssen mal einen Clip raussuchen. Puff, das Ding ist explodiert. Hat man was gehört? Es hat sich echt angefühlt wie ein GTA, als ob jemand gegen dein Reifen schießt. Ey, Chat. Ich bin so nass. Ach egal, Chat. Gleiches Stinke ist. Egal. Ey, guck mal, wie voll das da hinten ist. Sieht man das? Wo ist dein Mikrofon, Chat? Ich kann kein Mikrofon dran machen. Wenn ich Mike dran mache, Chat, dann kann ich mein Handy nicht mehr laden. Chat, soll ich dir die Cam in die Hand nehmen? Ich glaub für jetzt ja, Bruder, oder? Nein, okay. Ja, Allah, die haben mich gefickt. Sieht man das da hinten alles? Äh, geht so. Aber gestern war es genauso voll, Chat. Beschreib mal, wie es riecht. Ist jetzt noch gut. Gleich Halle 6 stinkt, ja? Okay. Maus ist jetzt da, sein Kollege. Und dann können wir ein paar Leute hinterführen. Auf! Chat, was geht Chat? Also. Soll ich den euch lernen? Tonab ist der Schwein. Was für was? Auto. Wir sind Auto gefahren. Wir gehen, ey, film mal zu uns. Wir gehen ein Latte Markiato singen. Hör zu. Ich mach Zucker rein. Das ist ein Fliege, Sonnenfliege. Hoch und mein Ding. Latte Markiato gewechselt. Wir gehen weiter. Äh, da war, äh... Wir haben gedacht Friseur. Nein. Wir haben gesagt Friseur? Schauspielschule. Ich hab mit einigen Schauspiel, ich hab hier schon zugemacht. Er hat einfach auch Rochi bei Borg gemacht. Er hat gesagt, go, we're going outside. Da hab ich den drei Fragen gestellt. Geht so, von welchem Film ist, äh... We're gonna heartless Thomas take. Er sagt, ich weiß nicht und so. Ich sag Rezeption. Er sagt, ah ja, Rezeption. Wir fahren weiter. Wir machen U-turn. Autoreiten geplatzt. Was gab es? Ja. Was gab es? Was gab es? Was gab es? Was gab es? Wir haben den Autoreiten gewechselt. Niemand. Heute ist ein ganz komischer Tag. Ich wollte keine komischen Sachen erzählen. Lass uns mal... Ich hab Richtigwoche auf den Autoren. Sehr stark. Ein paar Leute interviewen. Ja. Und dann gibt's heute Massage. Ja geil. Auf deinem Neck-Neck. Ja. Ja. Wow. Du machst es selbst? Wow. Du fixst dein Kopf noch mehr. Danke. Ich habe hier für alle anderen. Hier ist der TV. Das ist kein Problem. Es ist schön. Es ist schön. Kann ich das filmen? Ja. Ein bisschen. Es ist so schön. Ein bisschen. Ich glaube, die Leute ist einfach aufgestanden. Er dachte, wir sind von der NTV. Danke. Herzab aufgestanden. Herzab aufgestanden. Ich bin in der Haus! Alles klar? Bist allein hier? Robert? Bist allein? Wie geht's hier? Wie geht's hier? Hey, Alter! Mein Essendengfreund! Wow, das geht super aufgebaut, Alter! Hey! Seid ihr live? Ja! Wie geht's, Bruder? Es geht ab, Chat! Was hast du bis jetzt gemacht? Gar nichts! Geld verdient! Hast du schon gesagt? Wie hast du Bruder gemacht? Ich müsste nur eine. Ding, wir können, wir würden uns auf den Dragon Ball starten. Es ist Müll, Elisabeth! Nein, ehrlich! Ich habe mich auf dieses Game gefreut. Wie den Game gewonnen! Nein! Es ist so geil! Ich habe mich auf dieses Spiel gefreut. Also, ich habe es gezockt. Null! Was würdest du noch machen? Jetzt gar nichts mehr. Ich wollte eigentlich nur dahinten. Zeig mal ein bisschen. Ich habe schon gezeigt, da kannst du das streamen. Aber nur eine Stunde. Wie nur eine Stunde? Oder wenn ich für eine Stunde live gehe, meinen Chat beleide ich dich von A bis Z. Sollen wir einfach Dinge machen, wenn ich du wäre? Ich fange an. Wenn ich du wäre, würde ich jetzt in irgendein Stream reingehen und den Ding stürmen. Und einfach mich hinsetzen und so mit dem Chat reden und so. Zum Beispiel der. Bei ihm hier rein. Geh einfach rein und sag so Dinge, ey, kann ich mit Chat mitreden und so. Und du musst Eigenwerbung machen. Was geht, Bro? Du musst Eigenwerbung machen. Guck mal. 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 Aber guck mal. Da hinten hast du die Kamera. Ja, ja. Das hab ich schon mitbekommen von Elgato. Was war so ein Männchen? Du siehst hier einfach das Ding, ne? Aber ist das auch Kamera? Ja, ja. Da hinten ist die Kamera. Da ist die Kamera. Das ist wie wenn du verhörst. Die haben seinen Chat, die haben seinen Stream gespielt. Und du denkst dich bitte, die sollen dich irgendwie verpüssen, ja? Ja, geil. Die haben mein Leben gefällt. Ich mach Fantasie-Talk mit Chat, aber da kommen irgendwelche Garnacken rein. Ey, das hab ich. Warte, ich brauch dich. Guck mal. Guck mal. Was ist so das beste Co-op-Horror-Spiel? Guck mal. Ich will mit den Jungs jetzt auch spielen. Wie viele? Zwei? Am besten vier. Oder? Zu viert. Zu viert oder zu zweit. Beides. Ich glaube, zwei ist ja so Story. Ja, aber es gibt auch so. Also, Panicore ist so ein neues Hawking. Das ist sehr, sehr geil. Das soll sehr, sehr geil sein. Das Ding schreibt dir mal auf. Das erwartet. Ich kann sonst auf Insta oder so schreiben. Chat, schreibt euch. Schreibt euch mal auf. Panicore? Panicore. Panicore? Es gibt vier, vier Spieler und so. Aber lass mich halt. Ist das so wie ein Ding Phasmophobia? Aber ein krasser. In jeden Fall krasser. Das ist krasser. Wie schreibt man das? Ist das so? Guck mal, hier sieht's auch. Er sagt, wie schreibt man das? Er hat mir Aufgabe gegeben, er chillt jetzt hier. Ja, er hat seinen Leben gekriegt. Ja, ja. Er verbindet sich gerne mit seinem Licht. Ja, ja, ja. Er geht gleich live. Guck mal. Wir sollen dich alleine lassen, Bruder. Ernst. Ja, komm. Lass dich alleine. Chat, guck mal. Sind beste Freunde geworden. Chat, er hat gleich eigene Ausrufezeichen bei ihm. Ausrufezeichen der Breite. Wir machen gleich duales Stream zusammen. Ah, jetzt muss ich dir geben. Wenn ich du wäre, Edis, würde ich zum Elgato-Stand gehen und sagst, bitte, bitte, ich brauche Stream Deck. Ich kann mir keins holen. Könnt ihr mir eins geben? Boah, Mann, maximal unser Leben. Scheiß drauf, ich spiel nicht mehr. 100 Liegestütze. Ich spiel nicht mehr. Wie viele Liegestütze hast du? Ich spiel nicht mehr. Wie viele Liegestütze hast du? Alle. Alle? Ich kenne die Canucks in der Games Bar. Es ist so krass. Es gibt nur einen Ball ins Schwimmbad oder irgendwo, und die unterhalten sich. Frauen sagen, die Männer sind schwer. Guck mal, gib denen nur einen Ball. Geist krank. Ey, Chat. Ich geh auf. Waren wunderschöne vier Stunden. Hat Bock gemacht. Aber jetzt auf Krampf noch irgendwie so zu filmen und so, macht gar keinen Sinn. Macht's gut, Chat. Ja, nja, mir geht es gut. Vielen Dank.